Herzlich Willkommen zurück bei Tomb Raider The Prophecy. Wir befinden uns immer noch im Level STLK. Ich hab den Speicherstand geladen. Weil, naja, weil ich will ja irgendwann auch mal zur Potte kommen. Ja, und ich hab ihn schon gleich am Anfang gestorben. Das ist keine gute Aufnahme. Ich bin gleich am Anfang gestorben. Was? Okay, okay, jetzt wird's peinlich. Wenn ich jetzt noch einmal sterbe, wird's richtig peinlich. Aber, wie heißt es, alle guten Dinge sind drei? Das ist jetzt mein dritter Versuch. Hier lang zu hoch schon. So, ja, was kann ich denn dazu sagen? Ich hab mir aufgeschrieben, es sind nicht mehr so viele Level. Also, wir haben es bald geschafft, meine Freunde. Bald haben wir es geschafft. Es gibt sogar einen Code, der extra nur für die Credits am Ende ist. Also, sprich einen Code, damit wir die Credits sehen. Damit wir sehen, mit welchen, welche Leute wir diesem Stalkweiler nicht zu verdanken haben. Das war, nein, nein, ich darf den Knopf doch nicht drücken. Weil, das bringt uns doch gar nichts. Ja, ich hab jetzt also, das hab ich schon herausgefunden. Ich hab schon ein bisschen gespielt, Entschuldigung. Aber, ich bin eh nicht weitergekommen. Von daher, alles gut, alles gut. Ich hab nichts verspielt. Wenn ich zweimal diesen, äh, wenn ich diesen Knopf gar nicht so oft wie ich möchte drücken, dann geht das Ding, das Ding fährt einfach nur hoch und runter. So, und jetzt kommen wir zu einer Stelle und ich speichere mal wieder, weil, ähm, das nicht... Nein, ich sag ja, das ist nicht so leicht. Weil immer das passiert. Aber jetzt hab ich ja gespeichert. Okay, das war ja noch dämlicher. Okay, okay. Hallo? Weil man muss irgendwie aufpassen, manchmal Lande zu ökkelissen lassen. Und der ist tot. Und hier muss ich auch nochmal rüberhopfen. Ich habe so diesen Sprung. Ich weiß nicht, wem... So, jetzt geht die Tür übrigens. Also, ich vermute, ich bin noch nicht weitergekommen als hier, als ich Off-Tropic, äh, Off-Screen gespielt habe. Ich vermute, dass die Tür da unten, der Hebel, ähm, aufgegangen ist. Nicht spielan. So. Und ich hab jetzt übergespeichert. Weil das hier... ...hab ich bis jetzt noch nicht geschafft. Oh, okay, das ist ja schon rübergegangen. Jetzt muss ich nur noch hier rüber springen. Ich speichere nochmal zwischen. Und ich merke mir jetzt ältestes Spiel über... Ich speichere... Weil genau das passieren könnte. Ah, ich bin noch rübergekommen. So, meine Vermutung war richtig, diese Tür ist aufgegangen. Und weiter bin ich noch nie gekommen bis jetzt. Komm her. Okay, weiter bin ich noch nie gekommen. Ich gucke mir den Raum erstmal an. Und... Da muss ich auf jeden Fall lang springen. Mh, super. Mh, super. Ja, super. Hier ist auch nichts. Sehr klasse. Und, jetzt kann ich nämlich über den hier rüber und habe hier einen Knopf. Womit die Tür aufgeht. Das ist ja interessant. Okay, und jetzt muss ich vielleicht hier zurück. Zurück. Und zurück. Und ich falle. Ähm. Ach Mist, das war der falsche. Das war der richtige. Ich hatte den falschen Speichenstand gedrückt. Okay, okay, okay. Ähm. Soll uns ja nicht hindern. Komm, komm. Sind die beiden tot? Gut, gut. Also, ich springe rüber und denke mir, Gucke, da ist ein. Ich weiß nicht, warum ich es töte. Ich hätte es auch ignorieren können. Aber ich mag hier einfach nichts liegen lassen. So, da unten geht die Tür auf. Und mir scheint jetzt, ob das das Levelende ist. Es würde mich auf jeden Fall freuen, wenn das das Levelende ist. Ähm. Ja, okay. Okay, okay, okay. Also, mich würde es echt freuen, wenn das Levelende ist. Ist denn die beiden nicht so? Das finde ich auch irgendwie komisch. Ich baller... Ich baller mit Kugeln. Mit einer existierenden materiellen Waffe auf etwas, was ein Geist ist. Was anscheinend ein Geist darstellen soll. Und das verstehe ich nicht, weil eigentlich müsste es doch da durchgehen. Ach, ich habe keine Ahnung. Genauso wie ich baller mit Kugeln auf Knochen ein. Ja, das ist schon nachvollziehbarer, glaube ich. Wenn man mit Kugeln auf Knochen einballert. Ja, das ist schon nachvollziehbar. Geht runter. Danke. Ich glaube, ich speichere nochmal ganz kurz. Weil das ist wieder so ein... So ein komischer Sprung hier. Ah, ich habe es geschafft. Ja, die Sprecher brauchen. Okay, hier kann ich hier runter. Das weiß ich. Und hier lang. Und dann werden wir gleich schauen, ob es das Levelende ist. Ob ich es STLK abschließen kann. Und da falle ich. Jetzt habe ich nicht geguckt, welchen Spiegel. Ältester. 16. 20.42. Das muss das sein. Okay, okay, okay. Ach ja, immer Leben verlierend. Da hat er noch nichts gemacht. Okay. Ach, guck mal, das geht doch. Oh. Nein. Nicht runterfallen. Nicht am Schluss jetzt auch noch runterfallen. Aber die halten ja sozusagen nicht so viel aus. Ja. Das ist das nächste Passwort. Es heißt Mech. Und ich kann jetzt wieder ein Passwort hier aus von der Liste streichen. Man hört es. Man hört es. Ich habe ganz schön gekriegelt. Oh, ich habe meinen Tisch angemalt. Ach, so ein Mähkäse. Es ist das nächste Passwort. So, ich bin jetzt vorsichtig. Also, die Fliesen hier sind auch nicht schön verlegt worden. Also, das sieht überhaupt nicht toll aus. Wenn die Fliesen hier verlegt wurden, dann hätten sie, das hätten sie Fisch, das hätten die auch tunnen können können können. Da im Schatten abliegen. Oh, das sieht doch aus. Oh, das ist so. Die Fliesen wurden hier nicht so toll verlegt. Ich dachte, es gibt nur ein Grauen. Da ganz unten geht die Tür auf. Genau. Und hier ist nichts mehr. Aber die Fliesen hier sehen echt nicht schön aus. Also, ich würde mich da beschweren, wenn ich einer von diesen Anhängern vom Tick-Bohr-Haus bin. Was ist das? Was ist die Gokkinde? Gott sei Dank eigentlich, aber... Ich würde mich echt beschweren. Das ist ja das... Oh, das ist eine Tür. Das ist klar. Ich bin ja so typisch. Die haben auch mal eine Funktion. Pass mal. Aber es ist so typisch. Nein, eine Tür neben einen Ein kommst. Schaltet neben einer Tür, macht natürlich nicht die Tür auf. Sondern die Tür dahinter. Und was ist mit dem hier? Wer das versteht, der soll mir das sagen. Was? Im Hauptraum? Was? 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 Was soll der Käse denn? Nee. Das verstehe ich nicht. Ich verschwinde. Das ist mir einig zu hoch. Wieso sind da vier Schalter und... Ich verschwinde mal von hier. Mir ist es ehrlich gesagt ein bisschen zu hoch hier hinten. Ich gehe jetzt einfach mal dahin, wo sich die offensichtliche Tür geöffnet hat. Die da nämlich. Das verstehe ich. Aber super. Okay. Was ist das denn hier wieder zu? Guck mal, da ist Munition. Ist das nicht schön? Oh, ist das schön. Ich habe wieder nicht... So. Was? Äh. Was? 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 Ah. Was? Was? Ich fang einfach mal ganz von vorne an. Das Spiel ist mir ein bisschen... Das Level ist mir ein bisschen von... Na komm. Da drauf. Da ist er. Da. Det sein, ich weiß mir los ist… Was? Ich steige jetzt! Adannahe��. Laster! Kajogegegegegegegegegegegegegegegen. Pachegegegegegegegegegegegegegegegegegegegegein cabin den gangstunde mansen. Guill Morris Lopez? F Bio!